Okay. Bungee Boy, na? Ja, Mo? Du musst LMC drücken, die hab ich grad auch gemerkt. Alex, grüß dich. Enno, na? Vaniacs, na? Alles gut, Bungee Boy, danke. Dippe, na, du Vögelchen? Strosi! Falkenfliegenfresser ist auch da. Hamoudi, grüß dich. Ja, auf jeden Fall, macht Spaß, Berlin. Macht Spaß. Koppa, grüß dich. Und das ist die Frau mit den Waffen? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you? Yeah. I'm Vincent. Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Listen, I told you I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Oh. Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Who the fuck is this guy? Whoa, 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 relax. Put the gun down. Jasmine, put the gun down. Come on. I told you, he's with me. Let's just do this fast and easy. Besides, you owe me one, remember? Mm-hmm. Mm-hmm. But it's the last time. And then we're even. They have a sterne-tostor on the head. What's in there? Look at me. Hey. 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 Maschinengewehr and everything. I'll take the card 90, okay? Okay. Here. This should be more than enough. Hurry up. Okay. Hey. So. Hey, the M4 will I have. What? Ah, the M14. What do you have? Oh, I'm going to have my sniper. Okay, I'm done. Okay, I'm going to take it. Although, let's take the M4. Come on, let's take the M4. Hello, baby. Aren't you badass? We have military, we have to do it too. Let's see what these guns can do. Lots of empty houses here. Let's shoot at them. Wait a minute. Flaschen werfen. Flaschen werfen. Come on, let's just shoot them off. Let's shoot them off again. Where are you at shooting? Where have you shot? Just here. Come on. Hey, Leo. Try to shoot this. Let's shoot here. Come on here. Let's shoot them off again. Wait. Wait. Warte. Sollen wir nicht erstmal hier zusammenschießen? Und dann machen wir das gleich zusammen? Ja, warte. Ja. Hab ihn. You're a horrible shot, Leo. Hab ihn. I was blinded by the sun. Hab ihn. Oh, come on. What was that? Okay, warte. Alter, kommen wir vor. Wie im ersten Weltkrieg. Jungen. Okay, los. Jungen. Schmeiß mal die Grenade raus. Ich hab's auch nicht. Ach, das schade ich nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Schmeiß du mal. Ach so. So. Oh. Ja, gut. Das war ein bisschen. Nachladen. Warte. So. Ich hab's nicht aimboot. Oh, egal. Impressive, Vincent. I didn't know you could shoot. Now you know. Nice shot. Was ist denn? Ich werde Reaktion seit gerne. Impressive, Vincent. Oh, okay. Vors. Ich will auch nochmal. Was willst du? Warte. Ich will auch nochmal. Ja, warte. Jemand hier. Tino. Hallo, Tristag haben wir nichts. Mann. Ich. Wow. Impressive. Hold your. Good one, Leo. I'm the man. Jetzt. Nice shot. Can I say I'm the natural? Guck mal, ich treffe jetzt alles. Good one, Leo. I'm the man. Okay, das war alles. Okay, komm. Kann man auch hier das machen? Was machen? Hier, die Flaschen wegschießen. Warte. Kann man das hier auch kaputt schießen? Ja, komm mal. Wir können mit dir reden, mit der Frau. Oder? Ja. Warte, wir können mal was anderes ausprobieren. Hier gibt es ja mehrere Waffen. Oder willst du die mitnehmen? Ich nehme die Sniper mit. Ja. Das ist der perfekte Ort für Target-Praktise. You ready to go? Give me a minute. I want to make sure I have the right weapon. Komm. So. Hä? What? Du kannst natürlich eine andere Waffe auch rausnehmen. Nee, ich will die. Jetzt sie haben. Okay. Ich komme schon zum Auto. Let's go. Let's go. Tschüss. Oh, mach's jetzt mal eine Floppa an. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Irgendwann stimmt mit der nicht. Ja, ne? Ja. Oh. Ich weiß nicht. Irgendwann stimmt mit der nicht. Glaube ich zumindest. Die ist komisch. Oh. 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 Guck, guck, guck. Jetzt zerpfeift die uns. Stickefuß, wie geht's dir? Banana? Hey, warte mal. Geht die zu diesem Typen da? Keine Ahnung. Entweder Harry. Hey, it's me. I got some information about Leo. Ja. Okay. You know where he is? Wie geht zu dem Typen? I just met him. Give me his location. Sure. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Harvey. Harvey. Hey, warte für eine B***h, was? What's up? I found him. Warte mal abklammig. Ich dachte, doch. Warte mal, warte mal, dass ich ihn in den Haufen bin. Ich bin in den Haufen. Ich bin in den Haufen. Ja, 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 ich bin in den Haufen. Was der für eine Hütte hat, der Vogel, ne? Ne. Wow, was ist denn das? Oh, das ist meine. Die Ilse. Das ist deine, die Ilse. Das ist die Ilse. Die Hilde. Die denkst du auch gerade so. Was macht der Bernd nur? Oh, die Christy B. Meine Name ist Carol Moretti. Ich bin Pregnante. Und ich denke, ich bin in der Arbeit. Und ich bin all alone. Bitte sende eine Ambulanz. Die hat aber richtig in den Bauch, oder? Ich habe sie fünf Minuten da hingegessen. Natürlich. Ist das ein Kino? Ein Theater oder sowas. Ne, du hast ein Kino. Auch Theater. Keine Ahnung. Auch dazu. Das ist der Telefonzette. Okay, du musst um den Telefon. Ich gucke mich um. Okay. Oh, wie cool das hier ist. Geil gemacht, ne? Das sieht geil aus. Ich brauche Kleingeld. Ja gut, wir können ihn jetzt so nehmen. Ist das ein Kiosk? Du brauchst Kleingeld, sagst du? Ja. Ja, aber wir klauen nicht um den Moppa-Boden. Ich nehme den Peller nix ab. Jesus, Mann. Du bist ein Mist. Was willst du, Mann? Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, ich brauche ein paar Veränderungen, um eine Telefonzelle zu machen. Sorry, but you have to buy something first. Anything I can do for you? Hey, Mann. Are you deaf or something? Alright. What do you recommend? Are you? Ah, I have some top-notch girlie-Magazines. I'll pass. Hm. Ich habe ein Polar, ich habe zu verkaufen. Sure. Ich habe doch kein Kleingeld, aber... Thanks. Habe ich das Kleingeld? Ja. Ja, tatsächlich. Kleingeld. Was ist denn mit der los? Alter, was ist denn das für ein Unfall? Hey. Hey. Well, hello there, handsome. You're talking to a married man. Just my luck. Mach die klar. Do you need any help with that? No, thanks. I'm fine. You sure? Because I know some tricks. Look, I got this. Okay? Alright. Just trying to be helpful. Good luck. Thanks. Tschüss. Tschüss. Hey. It's Vincent. Yeah, I'm fine. Thanks. Look, I need to fly somewhere. Uh, tomorrow. Can you make that work? Okay. Great. What? Jetzt erfährt er das bestimmt mit dem Baby. Where is she? No. Okay. Okay, okay. Thanks. Thanks. Jetzt gehen wir mal schnell einen Kaffee machen, ja? Hey. Did you get us a plan? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? Are you okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Mach mal. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there. Alright? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. I can't talk about it. I can't understand. Oh, nein. Gerrit. Hello, now listen to the coffee. Come here. Hello. Hey, the guy is making coffee. Junge, we're going to be dead. Come here. What's for coffee? Gerrit. Okay. Hello. Hey, the guy is making coffee. He's my wife. Junge, we're going to be dead every moment. Oh, shit. Oh, shit. We're going to be making coffee, man. We're going to get out of here. That's not your fault. Man, we're going to be making coffee. I'm getting too much. The guns are in the car. There's no time for that. We have to go. Come on. Yeah. Super, Gerrit. Very nice. You must have coffee, right? That's important. Yeah, he's making coffee. Yeah. Yeah, well. Hey, you're there. Hey, the gun's are in the car. Yeah. He's really not there, right? Shit. The guns are in the car. There's no time for that. We have to go. Come on. Yeah. Junge, jetzt komm doch. Der Redmann, der ist Kaffee machen. What's denn hier los? Was ist denn hier los? Rennen, krieg deinen Kaffee hin. Ja, hab ich. Rennen, wir müssen gehen. Komm, ja. Renn einfach. Renn. Okay. Der ist Kaffee. Die Verfolgungsjagd, wir sind gleich. Der ist Kaffee machen. Ja, genau. Mach zu. Komm, komm zurück. Was? Du musst mir doch helfen mit dem Schrank. Beeil dich, ich kann mich da neben dir. Okay. Der Schrank neben dir, ich kann mich da drücken. Ja. This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Up there, the vent. I see it. Okay, was? Ja, hier, da. Was ist da angekippt? Hier kannst du schnell springen. Bist du ruhig. Oder? Komm, 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 komm. Geh hoch, geh hoch. Geh hoch, geh hoch. Okay. Kaffee hoch, schnell. Der ist gleich drin. So, bist du drauf? Ja. Okay, mit drüben. Okay. Sehr gut. Jetzt hab ich keine Ahnung, was ich machen soll. Okay. Der ist gleich drin. Du musst mir hier helfen. Du musst mir hier hochhelfen. Komm. Hinter dir. Hinter dir. Du musst mir doch erstmal hochhelfen. Wo bist du denn? Hinter dir. Direkt da unten. Achso, ja, komm hoch. Da. Nein. Nicht da. Ah. Get over here. I'll help you up. Hilf mir doch. Ja, Moment. Der ist gleich drin. Der ist nicht drin. Der ist bekloppt. Du bist immer ohne mich abhauen, ne? Ja, komm hier rein. So, jetzt komm. Du musst tippen. Tippen. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, Mabag. Danke für den Haus. Vielen, vielen Dank. Hey, der Chali, wa? Geh, 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 geh. It's too heavy. Help me push this. Ey, du musst damit ziehen hier. Ja, das war grad... Wow, Gigant. Ja, ich darf mir auch mal Fehler erlauben, ja? Ich will wenigstens keinen Kaffee machen mit dem Kampf. So, komm. Let's do it. Komm. So, komm. Schiehen. Alter, wie viele Magazine hat der bei euch? Ja. Stelle grüßt dich. Wow, ich bin doch mal. Boah, eigentlich ist er so ein Glück. Let's do it. Let's do it. You can't control the next one from here. Get behind it. What? Achso. Komm, geh du. Geh du. Geh du. Ich steuer das Ding. Geh los. Weiter, 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 weiter. Oh, my God. She's through. Okay. Ja, überwälte ich ihn. Mach. Du musst mir helfen, ne? Ja, wo seh ich? Du musst mir helfen. Ja, ich komme. Komm, runter. Ja, ich bin doch so weg. Nee, ich kann mich nicht mehr schnell. Hey. 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 Let him go, you son of a bitch. Oh. Ahoi, Carpenter. Bunch. Oh, Mann. MM-Gigant, äh, Carpenter. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? But? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure. It's... It's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me. I'm happy. It's just... It's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not. You gotta go see a kid. Whatever's going on with me, you two. It's still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital. You're gonna see your kid. And then we go get that plane. You're with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. Alright then. Let's go. Let's go. Pretending. Pretending. Dankeschön für zwei Monate. Ich möchte vielen, vielen Dank für den Resub. Sehr, sehr lieb von dir. Ich konnte sagen, es war dein erstes Kind. Du könntest. Pretending. Back at the hospital. The way you were holding your baby und shit. Guckt, grüß dich. Big Fish, na. Ich meine, sorry about the shit part. I, I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway. It's a great thing, watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed. It was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Hmm. Natürlich Klobrille. So, but it's Krankenhaus, Gigant. Yeah, I would say. Of course. Darken Hill, medical center. Los Santos. Los Santos. I'll let the Hopfner there. Wait a minute. Oh, listen to him. He's still on the whole time. On the back. Yeah. Okay. I'll go right back. Where's the receptionist? She's... Excuse me, sir. Do you know where the hospital is? You're in the hospital. I am? Oh, God. There's a smoker. Mm-hmm. Are you okay? Yes. Are you sure? Yes, I'm sure. I found the maternity ward. I get confused easily. Everybody keeps telling me I'm senile. Maternity ward. That you're in the hospital, then. Mm-hmm. I guess so. God. Okay. Okay. Uh, here. Carol Finn. Oh, then. Nach links. Here, where you're asking. I have another question, exactly. Good evening. Can I help you, sir? Oh. Uh-oh. Okay. Yeah, you can. My friend is looking for his wife. Oh, I'm sorry. I can only give that information out to relatives. Okay, sure. Vincent, get over here. Is she not even here? Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? I need to see my wife, please. Okay. Do you know which ward she's in? She just had a baby. Oh, congrats. Uh, take the elevator right there to the top floor. Then just follow the signs. All right. Okay. Wow, Silent. Gute Besserung an deiner Mamba. Gute Besserung. Hey, Vincent. Let me kick your ass in this kid's game. Danke schön für den Euro. Good. Und Tresenjäger, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir damit gibst. Haut mal ganz, ganz viel Liebe raus. Danke schön. So, what? What machst du denn jetzt da? Alter, was? Wo ist das mich allein? Hey, meine Frau ist hat dein Bund, wir spielen viel gewinnt. Ja, die war eine Vollnarkose, man die braucht auch ein bisschen. Die braucht eben ein bisschen auf die Sie, wie sie wach ist wieder. So, ich schuldige mich jetzt, man. Okay. Ja. Gerät. Ich bin gerade überlegen. Komm mal, Mann, du bist ein Kind in Highschool. Vollnarkose bei einer Geburt. Ach, stimmt. Tut mir leid. Ich bin gerade ein bisschen, naja. Never mind. Sorge, Gerät, ne? Ja, vorbei. Suck it, loser. Bet you didn't see that one coming. Yeah, right. Kann das aber nicht. Komm, wir gehen zur Frau. Okay, komm. Er reicht jetzt. Er will noch eine Runde spielen. Nee, nee. Komm, ab zum Vibe. Äh. Wir fahren Aufzug, komm. Okay. So, aber keine Spielchen jetzt hier im Aufzug, ne? Oh nein. Oh, oh, oh. Alter, sieht aus wie Kurt Lewandowski, wa? Scheiße. Okay. Okay. Du willst ihn direkt wieder hauen, ne? Ja. Aber deine Gesichter sind so familiar. Ich bin sicher, dass ich dich irgendwo gesehen habe. Wir schlagen ihn jetzt K.O. Alter, dann geht doch direkt hier. Kannst doch nicht machen. Nein, wir verstecken ihn dann. Oder sollen wir uns herausreden? Herausreden? Nein, aber wenn wir den nicht K.O. steigen, dann kann es sein, dass jetzt die Polizei ruft. Okay. Komm. Hey. Ja? Nein. Ich hoffe jetzt nicht. See? Problem solved. Ja, aber wir kennen ihn doch jetzt nicht. Siehste? Alter, Carsten, die stehlen wieder hier. Zugriff. Was? Ich bin einfach nicht interessiert. Das ist alles. Also? Du bist gespannt, zu sehen dein Baby? Ich bin mehr nervös. Entschuldigung. Ich war nervös, aber keine Angst. Du wirst gut sein. Danke. Ja? 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 Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wow! Warte, ich schaff das mehr öfters wie du. Warte. Shit. Alright. Vielleicht nicht. So. Ich hab'n Kind. Warte. Komm, man schafft das. Ah! So, was passiert hier? Ah, die Blubb ist raus. Das ist die dritte Mal diese Woche. Problem mit dem Wirring? Nein. Nein, das Wirring ist gut. Ich denke, es ist ein Geist. Was? Kann ich mir nachfragen? Ah! Don't listen to him. So. Excuse me. This is the Maternity Award, right? Yes, it's over here. Trust me, okay? It's not a ghost. I'll get it. How can you be so sure? Here. I've seen them a lot of time. Whatever. Just be careful. Du musst mal herkommen, die... Ja, ich bin auch weg. Warte. Ey, das ist Maultag mit den Hausmeistern, ey. Excuse me, ma'am. My wife, she's had a baby. What's the name, please? Uh, Carol. Already? Right, just follow me, sir. Thank you. Ja, hallo. Das ist immer eine Krankenschwester, ne? Ja. Das kannst du, kannst du haben. Hey, Leo. Du kommst? Hey, Leo. Ich komm nicht mit. So wird es ja schon die Polizei. Danke. Hey, Carol. Oh. Bist du okay? Ich bin gut. Oh, nein. Vincent, what are you doing here? She's my daughter, too. This is, uh, Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Um, Baby girl, huh? Guck mal, dreh dich mal um. Guck mal, sortiert. Spanner, hau ab! Geh weg von der Türe! Ey, ich will auch. Ja gut, schau mich mal um in der Zeit. So, fach mal auf. Geh mal das Kind her. Ja, nicht fallen lassen. Langsam. Ja, der rastet auch. Er haut den Automaten kaputt. Sie ist. Sie wissen, ich vermute dich. Vincent, bitte. Ich liebe dich so sehr. Ich muss das einfach zu Ende. Du musst mich verraten. Carol. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Ich möchte einfach... ... dass du mir vertraust. Okay? Alles wird anders sein. Du sagst immer das, aber du wirst dich verraten. Ich kann nicht leben damit. Ich werde das nicht. Ich werde das nicht passieren lassen. Ich versuche. Du musst mir vertraust, Carol. Oh, pass auf, es passiert irgendwas. Ich glaube auch. Polizei. Hm. Weil du den Wachmann verkloppt hast. Nee, die hätten den sowieso gerufen, glaube ich. Scheiße. Die wissen direkt, dass wir hier oben sind. Wir müssen eigentlich so gut wie los. Scheiße, Mann. Gib dem Chuck Norris' Roundhouse Kick. Oh nein, das hat das Ding in der Hand. Geh. 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 Alter, sechs, sieben Streifenwagen. Was ist denn da los? Ja, da kommen noch mehr. What? Oh fuck. Oh, endlich war nur eine sich. Hey. angenehmer so jetzt bin ich ich renne viel lang renn doch nicht gegen die fensterscheibe gib dem eine bäm soll ich noch kurz das kind holen oh 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 weg da oh jawoll oh 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 die überall durch kommt du bist dran oh 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 Alter, voll ins... Hier ist eine OP. Ich bin in den OP-Raum, jemand. Was stimmt mit euch nicht? Oh, ich hätte da runtergemossen, okay? Okay, ich bin sicher. Was ist denn jetzt los? Das ist Streetfighter, Alter. Alter, das war ein special Move. Uff, uff, uff. Kennst du noch bei Tekken diesen Eisbären? Nee. Oh, du Scheiße, ich bin da drin. Oh. Komm her. Oh. Oh. Sehr gut, sehr gut. Gib meine. Immer auf die Bübe. Da geht's, ne? Kommt hier rein. Du bist qualified. Komm. Zeit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Scheiße. Oh, das war... Das war eine Frau. Boah. Alter, was hast du denn gemacht? Bist du irre? Oh. Wo rennt der denn hin? Ist der irre? Wie rennt der so komisch? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich glaube, er ist so dumm. Du wirst nie wissen, wo diese Fugitive sind. Geh, verdammt. Das ist eigentlich, äh, ab und... Oh, das ist gerade stehen geblieben. Okay. Nochmal. So, raus. Dann ist man stehen bleiben. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist so dumm. Du wirst nie wissen, wo diese Fugitive sind. Ich bin nicht so sicher. Hey, ich glaube, er kam zur Verwaltung? Ja. Sieht so. Weiter, 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 weiter. So, wo geht er? Weiter, 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 weiter. Ich glaube, er schlug und weggeflogen. Ja. Ich bin schnell. Oh, man. Okay. Du? Let's go. Oh, fuck, was machst du für eine Scheiße? ja das kann ich gar nicht auch ab und schießt ihr ab die märkte abweg und den städtet das packt das freundlich das läuft ja wo muss ich denn da weg schluss hast du denn ja das ist ein großes erweitertes magazin ach so hast du ihn geskillt ja ok was die denn die und mir geht es die wie w w w Guten Abend, Officer. Wir haben zwei Fugitives in der Krankenhäuser in der Krankenhäuser. Ich weiß, ich weiß. Mein Freund hat mich gerade geholfen. Ich glaube, es sind diese zwei Leute in der Karte. Ja. Sie haben sie überhaupt gesehen? Nein. Sie sind gefährlich in einer Weise? Wenn Sie sie sehen, dann bitte Sie sich sicher. Bleiben Sie weg. Und Sie fragen für einen von uns, okay? Wir machen. Ich weiß, ob es noch mehr gibt, was ich tun kann. Okay. Wir werden diese Wände auf dem Weg für heute, also werden wir bei uns befinden. Wenn Sie sie hier sehen, wenn Sie sich etwas überrascht, dann können Sie uns wissen, okay? Of course, Officer. Thank you. Stay safe, ma'am. So, raus. Oh, fuck. Renn, Gerrit. Oh, nee. Nein. Nein. Oh. Boah. Scheiße. In das Auto. Jetzt bist du. Oh, jetzt komm ich. Pinka, wie geht's hier? Come on. Freeze. Fuck. Surrender. Geht weg. Alter, da ist ein Harbus-Schloss drauf. Freeze. Shit. Oh, du hast keine Mulsionen mehr. Come on. Let's go. Ich muss ihm helfen. Ich muss gar nichts. Okay. Ich muss ihm helfen. Ich muss gar nichts. Der Wagen? Hol den Wagen. Ergeben Sie sich? Was? Du musst zum Wagen unten. Okay. Okay. Der ist aber nochmal unser. Der hier. Oh, okay. Okay, Gerrit. Du musst mir jetzt helfen, Mann. Komm. Okay, ich komm. Was passiert hier? Was ist jetzt los? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Du! Ach so. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Pass auf. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Oh Gott. Ja, der sieht weich aus, der ist in der Matrix drin, ey. Oh mein Gott. So. Einfach die Treppe runter, geradeaus. Okay, einfach geradeaus. Ja. Aber die schießen doch auf mich. Ja, muss er ausweichen. Alles klar. Du hast doch, du hast doch niederhaut Ich bin Neo, Mann Ich bin Neo, Mann Alter, ist ja wie ein GTA hier, ne? Das ist ja viel schlimmer Du bist ein guter Pilot, oder? Ja, ziemlich sicher Komm, Mann Du weißt, ich bin kein Fan von den Heiden Keine Angst, Emily ist ein großer Pilot Sie war praktisch auf einem Flugzeug Ich bin ein guter Pilot Ja, ich weiß nicht über das, aber danke Okay Emily, das ist das Ding flie? Aber es sieht aus wie ein fucking Bike Natürlich fliegt Wo sind wir? Mexico Mexico You gotta be kidding me That's way too far I'm not flying to Mexico Emily You know I always pay you good If you wanna go to Mexico You gonna have to pay me way more than good We pay you double Just take us there Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah Where are you going? What do you think? Mexico Ach, wir sind schon da? Oder was? Es ist schon Aber das ist schon Das ist schon Du musst mir glauben Ich hab dir die Wahrheit Ich würde mir nichts sagen Ich würde mir nichts sagen Ich würde mir überhaupt nicht sagen Ich würde mir nichts sagen Sie wollten mich sagen Aber ich hab mich gesagt Aber ich hab mich besucht Die du gebeten Ja Ich habe mich in den Grund Lass ihn so Vielen Dank Vielen Dank Wie danke Oh Gott Du machst das richtig, Harvie Du bist gut dein Das wird da abgeschmolzt. Jetzt legen sie noch. Okay, doch, die kleinen Nappen. Alter. Natürlich. Hey, hier geht's. Hey Vincent, wer war diese Emily wirklich? Nicht mal fragen. Sie hat ja früher bestimmt was mit ihr gehabt, oder? Ja, ich muss sie einfach abfüllen. Hilf mir raus. Klar. Die Gas-Tang ist da oben. Ja. 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 Ist das gut wie dein Herzmucker? Ja, drück. Okay. Ja. 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 Ja.